Von außen sieht es aus wie ein simpler Holzkasten. Doch wenn man eine Münze einwirft, beginnt sich im Guckloch ein kleiner Film abzuspielen. Was ist das Geheimnis des Kinetoskops? Das Kinetoskop, dessen Name Bewegt das Bild bedeutet, ist das erste Gerät zum Abspielen von Filmstreifen. Entwickelt von Thomas Alva Edison, einem US-amerikanischen Erfinder, der auch den Filmstreifen erfand, und seinem Mitarbeiter William K. L. Dixon. In seiner Erfinderfabrik Menlo Park arbeitete er mit seinen Helfern und Ingenieuren an vielen weltberühmten Erfindungen, wie zum Beispiel dem Phonografen. Er hatte auch ein eigenes Filmstudio, die Black Maria, das man auf Schienen drehen konnte, um immer eine gute Beleuchtung durch die Sonne zu haben. Damals gab es da ein sogenannter Kinetoskop-Salons, so ähnlich wie Casinos, in denen mehrere dieser Guckkästen standen. Du kannst dir sicher vorstellen, wie die Leute damals in die Salons strömten, um das neue Medium des Films zu genießen. Ich habe zu Hause eine CD zu Edison, in der über das Kinetoskop berichtet wird. Daher kenne ich es schon lange und weiß viel über den amerikanischen Erfinder. Und das macht es für mich auch so spannend, mehr darüber zu erfahren. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wenn du an der Seite durch die Scheibe schaust, kannst du den bis zu 16 Meter langen und 35 Millimeter breiten Celluloid-Filmstreifen sehen, wie er über Rollen läuft und am Guckloch vorbeigetragen wird. Gehalten wird der Streifen von Haken an einer der Rollen, die in die Perforierung an den Rändern des Streifens greifen. Unter dem Guckloch kannst du eine Glühbirne erkennen, die den Streifen von unten beleuchtet, damit man ihn sehen kann. Doch das reicht noch nicht aus, um ein bewegtes Bild zu sehen. So würde man nur verschwommene Bilder sehen. Das Wichtigste beim Film ist nämlich ein kurzer Moment schwarz nach jedem Bild, damit das Auge nicht erkennt, dass ein neues Bild gezeigt wird. So funktionieren auch die meisten anderen Geräte in der Ausstellung. Hier dreht sich eine schwarze Metallscheibe über den Filmstreifen. Diese hat einen schmalen Schlitz dort, wo das Bild ist. So kann man es sehen. Das Kinoskop erinnert mich an die heutigen Virtual Reality Brillen, da man auch durch ein brillenartiges Guckloch guckt und in eine andere Welt eintaucht. Für die Leute früher war es das ganz sicher. Aber was meinst du? das unten geht noch. Untertitelung des ZDF, 2020